Ich muss meine Voraussehung finden. Ich hab vorausgeschrieben, dass ich Doreen habe. Es ist Doreen! Ich habe etwas folgendes erfunden und zwar eine Zauberjacke erfunden! Applaus für die Zauberjacke! Um das zu klären, dass sie auch zaubern kann, mach ich hier einen ganz basic Trick. Ich habe drei Kügelchen. Eins, zwei, drei. Dann Böschwadienböschchen, damit ihr nicht wisst, dass ich die Farben ändern will. Und zwar, jetzt zeige ich dir, was du machen musst und du machst es nach. Eins, zwei, drei. Und Hinschiebben, dann ist er da drin. Schau rein. Da ist ein Ball drin, ja. Ja. Hä? Jetzt kannst du das mal hier. Dankeschön. Dann kannst du den Eingang nehmen. Pusten. Weg ist er! Los! Und jetzt ziehst du bitte dahin, was er noch drunter landet. Und... Pust ihn da rein und... Scheiße! Egal, egal. Es passiert manchmal durch meine Zaubererleitung. Landet es manchmal im Ohr vom Zaubererkollegen. Jetzt ist es runter, meine Damen und Herren. Und... Ta-da! Jetzt kommt der bessere Teil, ja. Jetzt denkt ihr vielleicht, die Becher sind bearbeitet oder sowas. Wir machen das jetzt so. Tu mal bitte den da da unten rein. Okay. Okay, wunderbar gemacht. Jetzt nimmst du deinen, ich nehm meinen. Damit ihr auch seht, dass ich sie jetzt nicht beeinflusse und bei ihr die Handzauberer. Zauber ich selber in die Linke halt neben. Pusten und dann reinschnitten. Ta-da! Drei Stimmen! Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist, ob das auch ein Artistenjäckchen ist. Kannst du damit schockieren? Na, probier ich mal aus, ob es funktioniert. Oh! Nein! Okay, vielleicht brauchst du größere Bälle. Ich mach mal eben größere Bälle. Eins, zwei, drei. Schnipp! Schaust du bitte nach? Eins, zwei, drei. Schnipp! Und raus! Wow! Okay, warte, 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 warte. Nein, ist keiner am Testen, Jackchen. Du redest meistens die Ohren schon bei dir und laber und du denkst dir irgendein Gemüse. Ach du denkst nur, ne? Ja. Ja, okay, haben wir verstanden. Okay, jetzt so viele Buchstaben, wie du das Wort hast, drehst du jetzt über den Becher. Okay. Und jetzt noch Schippen und ganz laut bei drei rufen wir alle zusammen das Gemüse. Eins, zwei, drei. Schwiebel! Schau rein! Ja! Schau rein! Ja! Schau rein! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020